Der Alco Comfort 34 LI ist ein Akku-Rasenmäher mit Lithium-Ionen-Wechselakku. Das kompakte Leichtgewicht bietet kabellose Freiheit und garantiert flexibles Mähen mit Hochleistungsakku. Der leistungsstarke 25 Volt Lithium-Ionen-Wechselakku ist für Rasenflächen von bis zu 300 Quadratmeter ausgelegt. Der langlebige Akku lädt sich ohne Memory-Effekt außerhalb des Gerätes in nur 4 Stunden auf. Die Schnitthöhe lässt sich mit nur einem Handgriff schnell und komfortabel in 6 Stufen von 28 bis 68 mm einstellen. Der Rasenmäher mäht das Gras mit einer Schnittbreite von 34 cm. Die XL-Bereifung sorgt auch in höherem Gras für optimalen Fahrkomfort. Der höhenverstellbare, ergonomisch geformte Holm ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und leichte Bedienung. Durch die integrierte Füllstandsanzeige hat der Anwender den Füllstand der Box stets im Blick. Die Graspangbox fasst 37 Liter und lässt sich dank einer großen Boxöffnung restlos entleeren. Der Akkumäher lässt sich einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Dank des praktischen Tragegriffs und seines geringen Gewichts von gerade mal 15 kg ist der Mäher leicht zu transportieren. Seine durchdachte Ausstattung und viele praktische Funktionen lassen den Alko Komfort 34 LI in jedem Garten gut aussehen. Alko – Quality for Life